Die Jungs haben mich alle sehr gut aufgenommen. War nicht einfach. Ich bin sofort in Gesprächen gekommen mit dem Lisa, der auch neu ist, auch mit dem Fatih, der mich auch ganz gut aufgenommen hat, aber sonst mit Einspielern halt nach und nach. Jeder Anfang ist ein bisschen schwer, ist normal und sonst fühle ich mich sehr, sehr wohl. Es macht sehr viel Spaß hier, eine super Truppe. Es ist sehr viel Power drin und es ist einfach nur positiv. Man hat es schon gespürt. Wir haben uns morgens hier getroffen und trainiert. Da hat man schon gesehen, dass die Jungs Bock haben, dass sie richtig wollen. Das hat sich dann auf dem Platz bestätigt. Mit den Chancen am Anfang, die wir nicht reingemacht haben, haben uns trotzdem jetzt nicht runterkriegen lassen, haben dann die Chancen genutzt, auch von Schmidi, den geilen Abschluss. Oder von Ecki, ein, zwei Chancen. Aber sonst haben wir es echt super gemacht. Für mich war es dann auch einfach reinzukommen, wenn du halt 4-0 führst. Bei dem tiefen Ball zu Ecki habe ich dann halt angeschrien, also zurücklegen. Dann macht er die Beine auf und es hat alles auch ein bisschen Glück. Und in so einem Spiel passt dann halt vieles zusammen. Der Mannschaftsgeist war da und das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Und nicht aufgeben und einfach Gas geben. Ja, eins steht fest, das Spiel wird jetzt nicht gleich ablaufen wie gegen Nürnberg. Wir erwarten einen sehr kämpferischen Gegner, die auch wollen natürlich und Gas geben und auch über den Kampf kommen. Ja, da zählt einfach nur, wer mehr Prozente an den Tag legt und wer einfach das Spiel gewinnen möchte. Und es wird auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel. Ja, das Quäntchen Glück muss man sich doch ein bisschen erzwingen. Und ja, dann erwarten wir auf jeden Fall ein kämpferisches Spiel. Ja, das hat in den letzten Wochen, Monaten halt sehr gefehlt. Und natürlich halt, die Zuschauer können halt immer einen pushen, noch einen wachrütteln quasi. Und ja, mit Zuschauern ist es halt ganz, ganz anders und es macht einfach viel mehr Spaß. Und ich freue mich und generell mal in dem Stadion zu spielen. Und ja, ich warte einfach, Zare, Fans, so viele auch erlaubt sind und einfach eine gute Stimmung. Ich freue mich auch. Ich freue mich und freue mich. Nörpers prats. atur. Die. 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 Die 10 Mehr dass. 20 prozent. ruled. 2оры. J sorted. Untertitelung. BR 2018